RCD Español Barcelona ist ein Fußballverein aus der Metropole Barcelona in Spanien. Geschichte Der Klub wurde am 28. Oktober 1900 unter dem Präsidenten Angel Rodríguez Schruiz von Studenten der Universität Barcelona in deren Aula gegründet. Der Verein ist somit einer der ältesten Fußballclubs in ganz Spanien. Der Name Español sollte zeigen, dass der Verein spanischen Ursprungs ist. Zum Gründungszeitpunkt formierte er noch unter dem offiziellen Namen Sociedad Española de Futbol. Der Name »Spanische Fußballgemeinschaft« wurde aufgrund der Tatsache auserwählt, dass alle Gründungsmitglieder aus Katalonien und Spanien stammten. Im Laufe der nächsten Jahre wurde der Verein allerdings zunehmend von Ausländern, insbesondere von Briten, strukturiert. Español, Gründungsmitglied der Primera Division im Jahre 1929 ist einer der spanischen Vereine, die als Patron den spanischen König und den Titel Real im Namen und im Wappen tragen. Dieses Privileg geht auf den spanischen König Alfons XIII. Von Spanien zurück, der dem Verein 1912 diese Irre verlieh. Seinen ersten großen Erfolg verbuchte der RCD Español am 3. Februar 1929, als es der Mannschaft gelang, die Copa del Rey, den spanischen Königspokal, im Finale gegen Real Madrid zu gewinnen. 1933 wurde zu einem der erfolgreichsten Jahre des Vereins. In diesem Jahr gelang es ihm, die spanische Liga als Dritter zu beenden. Das bis heute beste Ergebnis des Klubs. Sieben Jahre später, 1940, triumphierte Español mit 3 zu 2 erneut über Real Madrid im Finale des Königspokals. Nach Jahren im Mittelmaß der Tabelle folgte in der Saison 1962-63 der erste große Rückschlag. Die Mannschaft stieg zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte ab. Dennoch folgte recht bald der erneute Wiederaufstieg in die Primär-A-Division, die höchste Spielklasse Spaniens. International sorgte der Verein zum ersten Mal 1988 für Aufruhr. Als das Team vom damaligen Erfolgstrainer Javier Clemente überraschend als Qualifikant das Finale des UEFA-Pokals erreichte, Das Finale gegen Bayer 04 Leverkusen, das damals noch in zwei Finalspielen ausgetragen wurde, stellt bis heute einen zugleich wichtigen und traurigen Aspekt in der Vereinsgeschichte dar. Nachdem man im heimischen Saria-Stadion Leverkusen bereits mit 3 zu 0 geschlagen hatte, verlor das Team im Rückspiel in Leverkusen im Elfmeterschießen mit 2 zu 6. Viele Vertraute im Umfeld von Espanyol meinen heute noch, dass sich der Verein nie von diesem Schock erholen konnte. Tatsächlich wurde man seinen Ansprüchen in den nächsten Jahren nicht mehr gerecht und der Verein geriet in eine finanzielle Krise, bei der unter anderem das Stadiongelände verkauft werden musste. In der jüngeren Vergangenheit stabilisierte sich der Klub weitestgehend, sowohl finanziell als auch sportlich. So gewann er in den Jahren 2000 und 2006 noch zwei weitere Male den Coupa del Rey und erreichte im Mai 2007 erneut ein UEFA-Pokal-Endspiel, das ebenfalls im Elfmeterschießen gegen den FC Sevilla verloren wurde. Stadion Espanyol trägt seine Heimspiele im Power-8-Stadion aus. Im Zuge der wirtschaftlichen Stabilisierung des Vereins war im Herbst 2004 die K-Sekunden-Bauprojekt für ein neues Stadion im Vorort Cornell begonnen worden. Es wurde nach den modernsten Standards der UEFA gebaut und soll nach zwei Ausbaustufen die Anforderungen des Verbands an ein sogenanntes Vier-Sterne-Stadion erfüllen. Heute schon sind sämtliche Plätze überdacht. Zu Beginn der Saison 2019 wurde das Estadi Cornell El Prett eingeweiht. Mit dem Bau des eigenen Stadions wollte sich der Verein insbesondere unabhängig machen von der Stadt Barcelona, der das Olympiastadion gehört und die es für die Heimspiele an Espanyol vermietete. Es hat direkten Autobahnanschluss und liegt geografisch im Dreieck der Städte Cornell Adelo Brigade, Lo Hospital Adelo Brigade und San Bio Adelo Brigade. In diesen Nachbarstädten Barcelonas wohnt traditionell ein großer Anteil der Fan-Kultur von Espanyol. Das Trainingsgelände findet sich indes genau auf der anderen Seite des Ballungsraumes Barcelona in San Adri en Diebesos. Sowohl hier als auch in den angrenzenden Badalona und Santa Colombe de Gremanet findet man ebenfalls ein hohes Fan-Potenzial. Anfangs trug Espanyol Barcelona seine Spiele an einer breiten Promenade nahe der Sacra da Familia aus. Im Jahre 1923 zog der Verein dann in das neu eröffnete Estadi Saria im vornehmen Stadtteil Saria um. Dieses war bei der WM 1982 ein Austragungsort. Bis zur Saison 1996-97 blieb der Verein dieser Spielstätte treu, bis er das Gelände aus finanziellen Gründen veräußern musste. Daraufhin erfolgte ein Umzug auf den Montju's ins Olympiastadion von 1992 das Estadi Olympic US Companys Trikot. Heutzutage sind die offiziellen Farben von Espanyol blau und weiß, doch zu seiner Gründungszeit liefen die Spieler mit gelben Trikots auf. Aus dem einfachen Grund, dass einer der ersten Sponsoren des Teams diese zur Verfügung stellte. Erst in den nächsten Jahren entwickelten sich die heutigen Farben des Vereins. Fans Espanyol wird im Gegensatz zum katalanisch geprägten FC Barcelona von vielen Katalanen auch heute noch als Sinnbild für den spanischen Zentralstaat. Angesehen Dennoch wandelte sich der Verein in den letzten Jahren und mittlerweile ist auch Espanyol ein katalanischer Verein. Die Fanggruppen unterscheiden sich teils immer noch in spanisch und katalanisch. Das Maskottchen des Vereins ist ein Wellensittich der Perico oder Periquito in den Vereinsfarben blau-weiß. Dieser gibt auch der Anhängerschaft des Klubs ihren Namen. Stand 18. Oktober 2015 Zehn ehemalige Spieler Im Laufe der Jahre verfügte Espanyol über eine Reihe bekannter Spieler in seinen Reihen. So unter anderem die Torwartlegende Riccardo Zamora, Alfredo Di Stefano und Vereinsrekord-Torschütze Raul Tamudo. Riccardo Zamora, Marcel Domingo, Zoltan Cibor, Alfredo Di Stefano, Daniel Solzene, Thomas Encono, Wolfram Wutke, Dimitri Kusnezzo, Florin Raduzio iu, Konstantin Gelke, Juan Esneider, Antonio Paceco, Moreno Torricelli, Jordi Cruyff, Pierre Enlendwimme, Taifan Korkut, Walter Pandiani, Sergio, Daniel Hrake, Ivan de la Penne, Simau, Erfolge, UEFA Pokalfinalist, 1988-2007, Inter Toto Cup, 1968, Kupa del Rai, 1929-1940-2000-2006, Cupa Meccaia, Campeonato di Cataluña, 1903, 1904, 1912, 1915, 1918, 1929, 1923, 1937, 1940. Cupa Cataluña, 1995, 1996, 1999, 2006, 2010, 2011.